Seit inzwischen sechs Jahren können wir vor allem dank eurer großzügigen Unterstützung unsere Arbeit machen und weltweit Solidarität neu definieren. In dieser Zeit haben wir an vielem gerüttelt, aber nicht an den drei Grundsätzen unserer Arbeit. Wir helfen da, wo Hilfe von außen oft extrem schwierig ankommt, warum und wodurch auch immer. Wir arbeiten kooperativ auf Augenhöhe mit lokalen PartnerInnen und Organisationen, um humanitäre Hilfe möglichst nachhaltig zu gestalten. Wir wünschen uns, dass humanitäre Hilfe effektiver wird. Dafür arbeiten und schrauben und rechnen wir weiter an Innovationen und neuen Ideen. Diese drei Grundsätze können wir dank euch überhaupt erst verwirklichen und weiterentwickeln. Die Einsatzgebiete der letzten sechs Jahre könnten verschiedener kaum sein, von Seenotrettung bis Kriegsgebiet. In diesen vergangenen sechs Jahren haben wir eigene Entwicklungen vorangetrieben und Produkte gestaltet, wie zum Beispiel unser erstes Mobile Hospital, einen Müllverbrenner für infektiösen Müll und Abwurfboxen aus Kleinflugzeugen. Diese Projekte sollen humanitäre Hilfe effektiver gestalten. In den letzten sechs Jahren hätte es diese Projekte und Ergebnisse ohne eure Unterstützung so nicht gegeben. Selbst in der andauernden Corona-Pandemie geht eure Spendenbereitschaft nicht zurück und das ist phänomenal. Dafür wollen wir uns bei euch bedanken. In der anhaltenden Krise wurden für uns zwei Dinge deutlich. Wir werden mehr gebraucht denn je und für uns bricht gerade sehr viel weg, zum Beispiel Einnahmen aus Veranstaltungen und schon fest zugesagte Förderung. Um unser Team und unser Equipment für unsere jetzigen und zukünftigen Einsätze noch besser aufzustellen, sind wir neben dem großen Danke an euch weiter auf euch und euren Support angewiesen. Wenn ihr die Grundgedanken und unsere Arbeit unterstützenswert findet, helft uns, spendet, teilt unsere Geschichten, teilt dieses Video. Danke und bleibt gesund.